Hallo, hier ist das Team von SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr euer Windows 8 System komplett zurücksetzen könnt. Das heißt, wir haben ja schon mal gelernt auf SupportNet, wie wir ein System schneller machen können. Das heißt, die Systemdateien aktualisieren können, ohne dabei persönliche Daten zu verlieren. Und heute zeige ich euch, wie ihr das komplette System zurücksetzen könnt auf Werkseinstellungen. Das heißt, so wie ihr das geliefert bekommen habt oder das erste mal installiert habt. Das hat zum Beispiel den Sinn, wenn ihr euren PC einfach weggeben möchtet, könnt ihr den einfach blitzschnell zurücksetzen. Oder wenn ihr komplett unzufrieden seid und noch mal von vorne anfangen möchtet, könnt ihr diese Option wählen und dann eventuell noch eure Daten einfach über eine Datensicherung, beispielsweise SkyDrive, zurücksichern. Gut, gemacht wird das Ganze ganz einfach. Wir gehen in die Einstellungen und dann hier unten bei Weitere PC-Einstellungen und dann gehen wir auf die Reiterkarte Allgemein und scrollen jetzt etwas runter. Und hier haben wir die Option auf Original-Einstellungen zurücksetzen und erneut beginnen. Gut, dann gehen wir jetzt hier einmal auf Erste Schritte. Hier ist nochmal ganz wichtig, hier steht nochmal, was gemacht wird. Also es werden alle persönlichen Dateien und auch Apps entfernt und die PC-Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt. Wir gehen jetzt einmal auf Weiter. Dann überprüft der Rechner, ob er alle Dateien hat, die er dafür benötigt. Dann sagt er, nein, wir müssen die Installations-CD einlegen. Das mache ich mal ganz kurz. So, jetzt ist sie eingelegt. Jetzt wird er sie gleich überprüfen. Wenn sie eingelegt ist, würden wir auch hier oben ein Fenster angezeigt bekommen, dass eine CD oder DVD im Laufwerk drin ist. Ein paar Sekunden noch warten. Gut, jetzt hat er sie schon gefunden, überprüft es. Und jetzt fragt er uns, was wir machen wollen. Von nur dem Laufwerk die Daten entfernen, wo Windows installiert ist, oder ob wir praktisch alle Laufwerke löschen wollen sozusagen, beziehungsweise zurücksetzen. Das heißt, wenn ihr mehrere Partitionen habt und nur auf einer Windows installiert ist, könnt ihr den oberen Punkt wählen. Wenn ihr alles frisch haben wollt, dann nimmt er den zweiten Punkt. Gut, das machen wir jetzt natürlich nicht, weil wir wollen unser System behalten, aber wir haben es schon mal ausprobiert. Ihr könnt jetzt irgendeine Option wählen, dann wird alles zurückgesetzt. Das dauert einige Minuten, weil auch die ganzen Dateien zurückspielen muss. Er startet den Rechner neu und danach habt ihr ein komplett neues, frisches Windows. Also dann viel Spaß beim Ausprobieren.